Ist da eigentlich auch eine unsichtbare Wand bei dem Feuer? Nein. Das heißt du kannst mit einem Raketen-Shift einfach durchfliegen. Nein. Schade. Willst du mal sehen? Hä? Du bist durch. Du willst mich jetzt verarschen. Ist ja gut. Ist das gut, Alter. Lass mal das Spiel austricksen. Lass es mal machen, Alter. Scheiße, ich hab den Sand noch nicht. Was passiert, wenn ich jetzt... Hä? Ja, lol. Okay. Lustig, ey. Ist das gut? Ist das gut? Auf Ehre. Ich wette, wir sind die Ersten, die das gefunden haben. Aber komm, das bringt nichts. Ja, wir machen jetzt ganz normal weiter, aber dann geht das locker hinten. Über dem Boden kannst du auch rüberfliegen. Safe. Hunde mir jetzt mal Juken Naka. Juken Naka. Das war das, ey. Ich entschuldige mich dafür, es ist Nachtruhe. Wir haben jetzt 22.01 Uhr. Ja, ja, hab ich gesehen. Machen wir mal Platz. Okay, es geht nicht. Das sah gerade genial aus, weil du bist einfach runtergesaust. Warte, der Zombie, der Zombie. Ich hab übrigens eine Granate jetzt da drüber geworfen, also die Platte. Warte, ich nehme den Zombie. Ich nehme den Zombie, kannst rüber. Ja, nee. Er ist wieder bei dir. Ja, nimm ihn. Nimm ihn. Ja, warte, er ist wieder... Jetzt hab ich ihn. Jetzt hab ich ihn. Boah, leck mich auch im Arsch, ey. Okay, hab ihn drüben. Okay, warte. Jetzt bitte, Charke, packst du's auch. Du musst eigentlich nur den ersten Jump packen, dann ist alles gewonnen. Ja, ja, das ist nur... Vielleicht versuchst du nicht von der B zu machen, sondern... Ja, egal. Jetzt. Oh, oh. Okay, wir können endlich schießen vor Flicks. Ich hab jetzt zwar keine Perks mehr, aber das war's wert, ey. Ich hab ihn runter. Boah, ähm, kann man da rüber? Okay. Boah, Alter. Das war grad... Ich hab grad Gänsehaut bekommen, aber ja, ist ne Brücke. Ja, ich war mir auch grad unsicher. Was hab ich gesagt? Pack Punch. Okay, was ist hier? Ja, ähm, warte mal. Hä, da kommen wir doch gar nicht hoch. Ah, warte, hier steht was. D, D... Is, is, is it's a Graal? Ich hab F gedrückt. Is, is it's a... Ah! Hä? Ach, das ist ein Easter Egg. Das ist ein Easter Egg. Beleb mich. Ja, du musst den richtigen Graal nehmen. Ja, okay. Dann, dann teste ich. Achtung zu mir. Das kenne ich sogar noch aus dem Film, weil, äh, da, da standen auch mehrere Kräle davor und du musst den richtigen nehmen und daraus trinken. Wenn du aus dem Falschen trinkst, stirbst du. Ja, merk ich. Mach mal keine, mach mal keine Faxen da. Du brauchst mich. Ich bin, ich bin der Trinker. Boah, Mann. Boah, weißt du was? Ist mir jetzt egal. Mir nicht. Hallo, ich hab keine Pürks. Was du magst du? Stell dich nicht so an. Okay, ähm. So, der richtige Graal. Weißt du, wie der aussah? Ist der, der am ältesten aussieht. Am ältesten? Der hier. Okay, doch nicht. Hinter uns spawnen jetzt die Zombies. Ja, ich, ich guck mal. Ich guck mal gleich durch. Weil, äh, ich hab jetzt auch nur, ich hab auch jetzt nur... Äh, ich geh einfach alle durch, ey. Ist doch egal. Ich hab doch eh keine Pürks. Ey, hast du die Downs kassiert mit den Buchstaben und jetzt kassier ich sie. Ja, richtig. Ist dann nur fair. Das leites Leid ist halbes Leid. Ah. Nice. Ah, das ist schon wieder der letzte, glaub ich. So, jetzt lass mich mal gucken. Ja, während du guckst. Nein, nein. Ach ja, da, hier stehe ich auch grad, dass da irgendwie der schon... Is it the Graal? Achtung. Bist du jetzt echt? Nee, ich hab dich schon getrunken wieder. Ja, deswegen, äh, sag ich ja. Hast du jetzt echt wieder davon getrunken? Ja, die gehen ja, die verschwinden ja. Also irgendwann muss es ja der Richtige sein. Willst du mich jetzt... Alter! Warte mal, jetzt muss ich doch noch ein Dings machen können. Hast du kein Creepy Wife? Nee. Okay, okay. Dann nehmen wir doch einfach den hier. Okay. War nicht der Richtige, ja. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja. Der hier. Also solo kannst du diese Map nicht spielen. Ja, es ist halt, wenn du weißt, wer der gerade ist. Welcher der gerade ist. Wieso weiß ich einfach, es ist PhD. Ich nehm die Shisha. Okay, die Shisha war es auch nicht. Dann nehm ich das Ding. Ah! Und was war es? Oh! Ja, da ist er doch. Kann ich das alles nehmen, oder? Und jetzt? Ist das das Ende? Ja. Oder passiert noch was? Boah, aber ne. Noch ein Perk. Ja, sag mal ruhig. One-Inch-Punch again. Was? Hä? 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 Was ist das? One-Inch-Punch again? Geht es noch weiter? Ah! Ah, das ist der Origins-Schlag! Bam, Junge! Ah, das geht noch weiter! Es geht noch weiter, oder? Ich seh's grad, ja. Es geht noch weiter. Okay, okay. Die haben diesen weißen Nebel wie in Origins. Ja, 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 hier ist ein Stein. Ich hab das Upgrade. Und jetzt? Ach, Tatsache. Oh, mein Gott. Ist das eng! Ich hab den Windschlag, glaub ich. Ja gut, das ging schnell. Und jetzt? Boah, jetzt sind wir hier halt. War's das? War's das nicht? Ich bin etwas verwirrt gerade. Ja, ich auch so ein bisschen. Weil ich nicht weiß, warte mal. Warte mal bitte, ihr Eimerimer. Nimm mal den Zombie. Am besten. Ich möchte nämlich nur gucken, ob da irgendwas steht von wegen Easter Egg, beendet das Spiel oder so was. Workshop. Attaler Men's Not Workshop. Men's Not Hot. Ich guck mal schnell. Lass der die mal gucken. The Last Crusade. Das ist nämlich das, was wir grad spielen. So. Easter Egg based on the Movie. Up to 10 Perks with Easter Eggs. Custom Sounds. Äh, es gibt ein Biable Ending once the Easter Egg is done. Das heißt, irgendwo geht's weiter. Vielleicht aber auch vorne im Anfangsraum oder so. Ich geh mal nach vorne gucken. Achso, oder du. Ich wollte jetzt am besten nicht beide rüberlaufen, weil nicht, dass wir, ähm, draufgehen dabei. Guck mal vorne beim Panzer direkt. Weil ich, äh, dieser Panzer ist mir schon die ganze Zeit suspekt. Da sind die Sägen. Hm? Da sind die Sägen. Ich hab sie grad wieder gesucht. Oder es geht dahinter noch lang. Hinter dem Packe Punch Automaten. Glaub' ich nicht, weil... Glaub' ich nicht, weil... Aber eigentlich ist es, glaub' ich, auch das Easter Egg gewesen. Weil das stand ja in der Missionsbeschreibung. Wir müssen den Kral finden. Oh, gucken wir mal. Ach, warten wir mal. Mir fällt grad was ein. Ich kann ja mal in den Brunnen noch ne Granate werfen. Ja. Noch ein Perk. Yeah. Ja, das sind zwei kleinen Mini Easter Eggs für die Perks. Das hab' ich auch grad gesehen, dass es die gibt. Das eine ist die Kiste und das andere... Der Brunnen. So, gucken wir mal. Naja, so beim Panzer ist jetzt nix. Okay. X ist da. Hm. Wo gehst du da oben lang? Ach so, das ist ja nur der Zombie-Spawn, genau. Am Spawn ist nix. Und irgendwo anders da in der Umgebung? Bin ich auch grad am gucken. Wann mal, das war mir noch zu. Ich weiß nicht, ob es das was sagen soll, halt beim Gral, wo steht, äh, One-Inch-Punch-Again. Ich hab grad schon versucht, weil hier so ein paar Feuerdinger sind, ob ich man das da vielleicht mit auspusten kann oder so. Weiß nur, ich hab meinen Punch verloren, weil ich jetzt, äh, Widow's Wine gekauft hab. Oh. Oh. Aber nix schlimm. Nein, ich kenne die Schlecke, ja. Vielleicht müssen wir mal Waffen punchen und ähm... Ja, eigentlich überleben. War da? Dahinter ist noch was. Ich glaube, es geht hinter Pekke Punch weiter, aber... Ich weiß, also da kannst... Ich habe gerade eine Granate geworfen, die ist dahinter gefallen. Könnte ja sein, dass man irgendwie mit einer Pekke Punch Maschine, ähm... Ja, Pekke Punch Maschine mit einer gepackten Waffe irgendwie irgendwas abschießen muss oder so. Ich glaube, ich opfer mich mal. Ich punch mal meine MP40. Probier mich mal so ein bisschen. Afterburner. Jetzt burnt mir aber der After. Boah, Mann, ich habe gerade so Angst, ey. Wovor? Ja, vor dem Sprung. Ich bin jetzt... Ach, kommst du jetzt zurück oder was? Ja, ja. Okay.